so und wir starten heute mit ethereum daily sind wir ethereum long 3200 vier stunde long stunde short 30 short 15 long fünf minuten long also da leichte gewichtung nach oben bitcoin 48.000 daily long vier stunde long stunde short 30 short 15 long fünf minuten auch long dow jones daily long vier stunde long stunde long 30 short und alles unten auch unten herum auch schaut bevor wir über technologie börse nasdaq daily long all time high vier stunde long stunde long 30 long 15 long also technologie börse wieder gestern wahnsinnig gelaufen daily short vier stunde long stunde long 30 long 15 short fünf minuten long also da unentschieden gold daily short vier stunde long stunde long stunde short tschuldigung 30 short 15 und da hat die gewichtung er schaut kommen wir zum schluss so gut old german dax daily long vier stunde long stunde long 30 long 15 short fünf minuten auch schaut 15 minuten kerze sehen schön hier da ist unser unsere zone hier bin gespannt wie das heute läuft zur not habe ich heute auch zur not habe ich heute auch mein cabi dabei gestern auch nicht dabei so also wir haben die box platziert nochmal für die statistik 15.905 und 15.890 gehen wir short bei 05 gehen wir long es ist eine blue box so wenn die andere blue box sich noch verkleinert könnten wir die auch nehmen aber wir nehmen jetzt erst mal diese blue box und wünsche uns allen einen erfolgreichen handelstag viel disziplin und gute wohler helga guten morgen wunderschönen guten morgen 8 uhr 31 mein name ist carlos martins und sie hören uns live aus dem trailers lab trading raum wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade for und das wird sein so wie es sein sollte 15.907 long 15.892 short das ist die big number auch wo wir uns wo ich mir gestern zumindest die zähne ausgebissen habe wir haben eine blue box da mit 14,5 würde diese blue box sich blau verfärben würden wir diese blue box nehmen ja weil wir auch hier hat regelwerk arbeiten blue box ist zu favorisieren obwohl es fast identisch ist wir sehen es hier 94 94 so daily pivo ist direkt bei der 93 wer also auch da sagt oh das ist mir zu heiß und jetzt sehen wir direkt eine blue box 14,5 war und die werden wir jetzt nehmen also 15.890 gehen wir schon 15.905 gehen wir long das ist der trade heute für den mittwoch den 25 august regelwerk nochmal hier blue box lassen wir durchziehen auch hier werde ich nicht groß auf angepasst machen bei dem eröffnung straight schauen wir mal wie sich der markt auf schau killt blicken wir auf die blue boxen bzw vola boxen wo kommen sie heute rein forecast ist 15 9 34 also 34 wer hier ein bisschen weiter oben das ist der forecast und so müssen wir das ganze uns anschauen so im handel der history zeitraum anpassen so da sind wir bei null und also wir haben die blue box jetzt erstmal aktiviert meine damen herren 8 48 wir sind long im ersten trade blue box auf der rechten seite meine damen herren 8 48 wir sind long im ersten trade blue box auf der rechten seite